Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den mutigen Zinsentscheid der FED, Erleichterung bei Google und eine Weltraumrallye. Im Thema des Tages präsentieren wir euch elf deutsche Schnäppchenaktien. Und in der Triple-E-Idee macht ein langweiler Wert plötzlich mit IPO-Fantasien Furore. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Anja Ettl aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 19. September und wir wünschen euch einen fulminanten Start in den Tag. Und fulminant darf auch das genannt werden, was die amerikanische Notenbank da gestern Abend gemacht hat. Denn sie hat es tatsächlich getan. Sie geht die Zinswende mit einem ungewöhnlich großen Schritt an. Und erstmals seit Anfang des Jahrzehnts wurde der Schlüsselsatz am Mittwoch gesenkt. Und zwar tatsächlich um einen halben Prozentpunkt. Ja, FED-Chef Jerome Powell machte klar, dass die Währungshüter angesichts der Fortschritte an der Inflationsfront und einer Abkühlung des Arbeitsmarkts die kräftige Senkung für, Zitat, die richtige Sache hielten. Doch er besänftigte dann auch gleich wieder, dies sei nicht das neue Tempo auf dem Zinspfad nach unten. Vielmehr werde sich die Notenbank flexibel von Sitzung zu Sitzung weiter bewegen. Bis Ende des Jahres könnte der Leitzins laut dem aktualisierten Ausblick der FED noch um einen halben Prozentpunkt sinken. Und nach weiteren Senkungen dürfte er dann 2026 in einer Spanne von 2,75 bis 3 Prozent landen. Ja, und das war, Paul, wirklich ganz wichtig. Also zu betonen, dass die FED nicht in Eile ist, das geldpolitisches Niveau weiter rasch nach unten zu drücken. Und nichts im Zinsausblick der FED deute auf eine Dringlichkeit hin. Das hat er nochmal betont. Und an den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass es im November weiter nach unten geht, dann aber nur um einen Viertelprozentpunkt. Aggressiv sehe also definitiv anders aus. Also alles ganz sanft und behutsam. Ja, und die Börsen, die feierten den Zinsschritt anfangs, zumindest ein bisschen. Doch zum Handelsende gaben die Indizes an der Wall Street dann sogar leicht nach. Nestec und S&P 500 gaben beide um 0,3 Prozent nach. Ja, an der Wall Street erklärte man sich das damit, dass die Nachrichten schon eingepreist seien. Das klingt zwar immer wie eine Floskel, aber da ist wahrscheinlich wirklich was dran. Schließlich hat etwa der Tech-Index Nestec zuletzt sieben Tage hintereinander gewonnen. Da ist auch erstmal Durchatmen angesagt. Ja, das stimmt. Ja, und auch wenn natürlich alles im Schatten des Zinsentscheids stand, gab es doch einige Nachrichten, die abseits davon für Aufsehen sorgten. Im Streit um eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von 1,49 Milliarden Euro hat Google vor dem Gericht der EU einen Sieg errungen. Die EU-Kommission habe nicht hinreichend nachgewiesen, dass die Alphabet-Tochter bei Suchmaschinenwerbung im Dienst AdSense for Search seine beherrschende Stellung missbraucht habe, so haben das die Richter entschieden. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof vorgegangen werden und die Alphabet-Aktie, die schloss letztendlich leicht höher. Wir sprachen gestern über die Chancen von Weltraumaktien und wurden jetzt direkt bestätigt. Ein milliardenschwerer Vertrag mit der NASA beflügelt das US-Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines und dessen Aktie. Die gewann nämlich fast 40 Prozent. Intuitive hat von der US-Raumfahrtbehörde nach eigenen Angaben einen Auftrag im Wert von bis zu 4,82 Milliarden Dollar bekommen. Im Rahmen des Vertrags werde das Unternehmen Kommunikations- und Navigationsdienste zur Unterstützung des Mondforschungsprogramms Artemis der NASA bereitstellen. Und dabei könne die zunächst fünfjährige Partnerschaft zu einem späteren Zeitpunkt um fünf weitere Jahre verlängert werden. Ja und den DAX, der quasi unverändert geschlossen hat, führten am Ende Siemens Energy, BMW und BASF an. Die Siemens Energy Rally, die brachte seit Jahresbeginn bislang ein Plus von 160 Prozent ein. Die gestrigen BMW-Gewinne, die resultierten daraus, dass die Citigroup ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien des Autobauers gestrichen hat. Und BASF, darum geht es gleich in unserer AAA-Idee. Ja, dann fehlen noch die Termine, oder? Ja, das wird nicht mehr viel mehr in dieser Woche. Wir haben heute den Zinsentscheid der britischen Notenbank. Dort erwarten Experten allerdings, dass sie nach der geldpolitischen Wende, die sie ja schon hingelegt hat im August, jetzt die Füße stillhält. Und dann haben wir noch einmal Quartalzahlen gefunden und zwar kommen die von FedEx. Das Thema des Tages. Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit bei der Deutschen Commerzbank hat viele Beobachter hierzulande aufgeschreckt, uns auch. Und dabei geht es aber nicht nur um die Frage, ob es sich bei der Commerzbank um eine Bank von immanentem strategischem Interesse für Deutschland handelt. Die Übernahme hat auch offenbart, dass hierzulande neben der Commerzbank viele Börsengesellschaften zu Ausverkaufspreisen zu haben sind. Soll heißen, möglicherweise ist die Unicredit nur der erste Schnäppchenjäger, der sich einen hiesigen Konzern günstig einverleiben möchte. Auch andere Aufkäufer könnten jetzt nämlich versuchen zuzuschlagen. Ja, und für euch bedeutet das, es bieten sich attraktive Chancen. Wer rechtzeitig bei einem Übernahmekandidaten zuschlickt, der kann nämlich mit deutlichen Aufschlägen rechnen, sollte ein Aufkäufer aktiv werden. Und wir haben deshalb unseren Co-Host und Datenspezialisten Holger gebeten, den DAX und auch den MDAX nach potenziellen Schnäppchenaktien zu durchkämmen und eine Liste mit den deutschen Standardwerten zusammenzustellen, die auf festen Kriterien beruht. Und das zentrale Kriterium ist der Buchwert. In die Liste wurden also nur Aktien aufgenommen, die an der Börse wie die Commerzbank unter dem Buchwert notieren. Außerdem kamen nur Aktien in Betracht, die 50 Prozent der Analysten mit kaufen, bewerten und das durchschnittliche Kursziel der Profis, das musste mindestens zweistellig sein. Ja, der Buchwert-Check, nennen wir ihn mal so, der zeigt, dass ein Viertel der 40 DAX-Firmen unter ihrem Substanzwert gehandelt werden. Und nimmt man die zweite Reihe aus dem MDAX noch dazu, notieren sogar 25 Werte unter Buch, wie man im Finanzjargon sagt. Zum Buchwert zählen alle Vermögensgegenstände, wie sie in der Bilanz einer Firma verzeichnet sind. Das sind Grundstücke, Anlagen, Maschinen, auch der Fuhrpark oder auch Patente. Die Idee hinter dem Schnäppchen-Kriterium Buchwert ist relativ einfach. Es ergibt keinen Sinn, wenn Unternehmen an der Börse längere Zeit unterhalb ihrer Substanz gehandelt werden. Dann könnte jeder mit tiefen Taschennutzen daraus ziehen, indem er das Unternehmen aufkauft und die Liegenschaften mit Gewinn weiter veräußert. Ja, und die günstigste Aktie, gemessen am Buchwert, ist ThyssenKrupp. Der Startkocher ist nur mit einem Sechstel dessen bewertet, was die Bilanz an Vermögenswerten ausweist. Also rein theoretisch könnten Investoren den kompletten Konzern für 1,8 Milliarden Euro aufkaufen und dann durch den Verkauf von Grundstücken oder Produktionsanlagen und anderen sogenannten Assets Erlöse von 10,6 Milliarden Euro erzielen. Eine kleine Differenz. Der unter Substanzgesichtspunkten zweitgünstigste Wert ist übrigens die Porsche Automobil Holding. Aktuell notiert die Aktie nur bei 21 Prozent ihres Buchwerts. Dahinter folgen Volkswagen, der Rohstoffkonzern K plus S, das Immobilienunternehmen Roundtown, die Deutsche Bank und der Chemieriese Lanxess. ThyssenKrupp ist allerdings auch ein gutes Beispiel dafür, dass der Buchwerk allein noch kein hinreichendes Kriterium für eine echte Schnäppchenaktie ist. Das Unternehmen notiert seit Jahren unter seinem Buchwert und der Wert der Anlagen ist nicht fix. Das hängt nämlich auch davon ab, ob industrielle Produktion in Deutschland bei steigenden Energiekosten noch profitabel betrieben werden kann. Und das bezweifeln eben viele Experten bei ThyssenKrupp. Und dasselbe gilt für die Buchwerte der Automobilindustrie. Denn das Ende des Verbrennungsmotors entwertet möglicherweise ja auch Fabriken und Maschinen. Ja und deshalb schafften es auf die Schnäppchenliste auch nur Unternehmen, die nicht nur unter Buchwert notieren, sondern bei denen auch Analysten zuversichtlich sind. Und ganz oben finden sich zwei Autofirmen, die Porsche Automobil Holding und Volkswagen. Knapp zwei Drittel der Analysten raten zum Kauf und sehen ein Potenzial von 29 beziehungsweise 53 Prozent. Bei der Deutschen Bank raten 48 Prozent zum Kauf, darunter auch JP Morgan Analyst Kian Abu Hossein. Er rechnet mit einer Welle an Fusion und Übernahme im Bankensektor, der die Bewertung hier deutlich nach oben treiben könnte. Und für die Deutsche Bank Aktie taxiert er den fairen Wert auf 20 Euro. Mit Mercedes-Benz RWE und Continental finden sich weitere Traditionsfirmen auf der Schnäppchenliste. Beim Versorger RWE, dessen Aktien mit dem 0,8-fachen des Buchwerts notiert, raten sogar fast 90 Prozent der Analysten zum Kauf und sehen ein durchschnittliches Kurspotenzial von 36 Prozent. Auf der Schnäppchenliste findet sich mit United Internet auch ein Digitalkonzern. Die Mutter von Firmen wie dem Telekom-Anbieter 1&1 oder dem Cloud- und Hosting-Unternehmen Jonas notiert mit dem 0,7-fachen des Buchwerts. Und viele Anleger fürchten, dass sich das Unternehmen beim Aufbau seines Mobilfunknetzes übernehmen könnte. Drei Viertel der Analysten raten trotzdem zum Kauf. Allerdings existiert hier keine Übernahmefantasie, weil fast 50 Prozent der Aktien beim Gründer Ralf Dommermuth liegen. Übrigens auch bei VW oder der Porsche Holding scheidet ein solcher Grund aus. Wer also ausschließlich auf Schnäppchenaktien mit Übernahmefantasie setzen möchte, der muss zusätzlich auch noch die Aktionärstruktur analysieren. Tatort Deutschland. Zum ersten Mal live. Mit uns in Hamburg. Mein Name ist Stefan Netzeband. Und ich bin Farina Kiemse. Und hier ist Mirko Kasimir. Zusammen machen wir den True Crime Podcast von BILD Tatort Deutschland. Historische Verbrechen, Cold Cases, Serienmorde. Bei uns gibt es wahre Kriminalgeschichten, faktenreich auf den Punkt gebracht. An Halloween, also am 31. Oktober um 19.30 Uhr, könnt ihr uns in Hamburg live erleben. Wir präsentieren in der Komödie Winterhuder Fährhaus vier echte Hamburger Kriminalfälle. Also am besten gleich Karten sichern unter komödie-hamburg.de. Wir hören uns. Die AAA-Idee des Tages. Wir müssen heute an dieser Stelle mal über die BASF reden. Die Aktie ist ja normalerweise ein ziemlich, sagen wir mal, behäbiges Papier, das kurstechnisch in den vergangenen Jahren eher wenig Freude bereitet hat und deshalb auch, naja, also nicht unbedingt ein klassischer Kandidat für die AAA-Idee ist. Aber gestern, da ging es für BASF-Verhältnisse mal so richtig steil nach oben. Fast drei Prozent hat das DAX-Schwergewicht da gemacht und das war der größte Tagesgewinn seit fast zwei Jahren. Der Grund war die Nachricht von Bloomberg, dass BASF auf dem Kapitalmarkttag in der kommenden Woche einen groß angelegten Umbau des Unternehmens bekannt geben könnte. Und betroffen werden insbesondere die beiden Geschäftsbereiche Agrarchemie und Beschichtung, aber auch das kriselnde Batteriegeschäft. Und vor allem das, was Bloomberg über die Agrarchemiesparte berichtet, lässt aufhorchen. Denn angeblich plant der neue BASF-Chef Markus Kamit den Börsengang dieses Geschäfts, Zitat, in den kommenden Jahren. Ja, das klingt natürlich noch ziemlich vage und genaueres wird es wohl auch erst auf dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. September geben. Aber allein die Spekulation darüber, dass es so kommen könnte, hat die BASF-Aktie gestern gepusht. Und klar ist, BASF steht, wie so viele andere Industriekonzerne hierzulande, insbesondere aus der Chemiebranche, unter erheblichem Druck. Seit dem Rekordstand, im Januar 2018 war das, da hat die Aktie mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Ja, und sehr, sehr viele traurige Aktionäre hinterlassen. Das ist ja immer noch ein sehr, sehr beliebtes Papier bei den Deutschen. Ja, der neue CEO versucht deshalb, den Konzern mit einem umfangreichen Sparprogramm aus der Branchenflaute herauszusteuern. Das ist allerdings nicht so einfach, denn den Konzern belasten nicht nur die hohen Schulden, auch umfangreiche Investitionen, allen voran das Megawerk in China, das BASF gerade hochzieht und die trotz der Krise stabilen Dividendenausschüttungen von rund drei Milliarden Euro pro Jahr, die zehren allesamt an der Bilanz. In der Vergangenheit hat BASF eine Reihe von Unternehmensteilen verkauft und im vergangenen Jahr ja auch den Vertrag über den Verkauf des Upstream-Geschäfts der Gassparte Winterschall DEA abgeschlossen, um sich wieder fit zu machen. Zugleich baut der Konzern auch tausende Stellen ab, auch und gerade in Deutschland. Ja, das alles hat aber noch nicht ausgereicht, um BASF wirklich wieder nach vorn zu bringen. Und deshalb plant der neue Chef nun offenbar den nächsten Schritt und hat damit, wenn es eben wirklich so kommt, die Märkte tatsächlich mal überrascht. Die mutmaßlichen Veränderungen am Portfolio seien weit größer, als der Markt erwarte, so hat das Jefferies-Analyst Chris Cunian in einer ersten Reaktion beurteilt. Und die Maßnahmen, die dürften signifikant zu Kosteneinsparungen und Entschuldung beitragen, schreibt er außerdem. Und, sagt er, auch könne die Neuausrichtung des Konzerns die Dividendenpolitik verändern. Zumindest einen ersten zarten Hinweis auf mögliche Umbauten hatte es im vergangenen Dezember gegeben. Denn da hatte Kamid angekündigt, die Geschäftsbereiche bis 2026 unabhängig machen zu wollen, um ihnen, Zitat, mehr Freiheit zu geben, wie es damals hieß. Ja, das Agrargeschäft von BASF, also das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln und da gibt dann noch so ein paar weitere Produkte und Dienstleistungen, das erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro pro Jahr. Und manche von euch erinnern sich vielleicht, als der Bayer-Konzern Monsanto übernommen hat und dann aus Kartellgründen Teile seines Saatgutgeschäfts verkaufen musste, da hat damals BASF zu einem Schnäppchenpreis zugeschlagen. Aber im Moment herrscht eben insgesamt ziemliche Flaute in dem Segment. Die Umsätze sind im zweiten Quartal um 13 Prozent zurückgegangen. Und das liegt eben vor allem am schwachen amerikanischen Geschäft. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem mit diesen Plänen, über die wir gerade reden. Im Moment ist das Sentiment für diesen speziellen Sektor so gedimmt, dass man in diesem Marktumfeld bei einem Börsengang kaum vernünftige Preise für die Sparte einsameln könnte. Blumenberg zufolge schätzen Experten deren Wert auf rund 20 Milliarden Euro. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir auch schon bei Bayer und der dort wiederkehrenden Zerschlagungsfantasie der Börse rund um die drei Sparten der Leverkusener diskutiert haben. In einem schwachen Marktumfeld ist so ein Move meist wenig sinnvoll für den Mutterkonzern. Auch für die BASF selbst hätte der Abschied vom Agrargeschäft nicht nur Vorteile. Eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft und den Schuldenabbau stünden zwar auf der Haben-Seite, aber zugleich wäre der Konzern dann ja noch stärker als ohnehin schon abhängig von konjunkturellen Schwankungen innerhalb seines verbliebenen Geschäfts. Aber gut, noch wissen wir ja auch nicht, ob es wirklich so kommt. Und BASF hat einen Kommentar dazu gestern laut Blumenberg abgelehnt. Und auch die Agentur selbst schreibt, dass die Beratungen bei BASF noch im Gange seien und sich die Details der Pläne auch noch ändern könnten. Ja, aber was man festhalten kann, die Börse hat sich auf jeden Fall begeistert gezeigt. Und das ist für all die leidgeprüften BASF-Aktionäre da draußen ja auch mal eine schöne Nachricht. Und dürfte ja wahrscheinlich viele dazu motivieren, jetzt erst recht an dem Papier festzuhalten beziehungsweise gegebenenfalls sich die Aktie doch mal wohlwollend anzusehen. Wer weiß, was da noch kommt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und wir kommen hier noch einmal auf eine Aktie zurück, über die wir gerade schon in den Märkten gesprochen haben. Und gleichzeitig liefern wir ein Shoutout an Hörer Holger. Der schrieb uns nämlich gestern, ich zitiere das hier mal, ich habe heute mit Interesse eure Folge zu den Weltraumaktien gehört und mich sehr gewundert, dass Intuitive Machines nicht unter euren Favoriten oder euren Ideen war. Immerhin das erste kommerzielle Unternehmen, das auf dem Mond gelandet ist. Auch wenn das Landemodul beim ersten Mal noch umgekippt ist, dürften sie den Fehler bei der nächsten Mission Ende des Jahres korrigieren. Der Technologievorsprung gegenüber Mitbewerbern dürfte groß sein und auch beim künftigen Mining auf Asteroiden mischen sie mit. Hoch spekulativ, klar, aber ein potenziell riesiger Zukunftsmarkt für Payload ins All und Rohstoffe. Wenn der nächste Lander nicht umkippt, dürfte das Papier stark an Wert gewinnen. Das sah man schon bei der ersten Mission. Tja, Holger, das ist fast schon unheimlich, denn deine Mail, die traf deutlich vor der gestrigen NASA-News ein. Und dann ging es für die Aktie ja tatsächlich steil nach oben. Also wir haben offenbar hellsehende Hörer. Gerne, sehr, sehr gerne mehr davon. Und wenn auch ihr gemeinsam mit uns in die Zukunft schauen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.